Hallo und herzlich willkommen zurück zu Overwatch! Und hier ist Junkertown! Juhu! Und die neue Mercy und die neue Diva ist drin. Geil! Endlich! Auf dieses Update habe ich so gewartet. Und übrigens das Arcade der nur Junkertown kommt. Weil ich möchte Junkertown spielen. Und ich hatte vorher kurz zu schauen ob die Mercy so drauf ist. Ich weiß nicht ob das ein Bug war in der Zone aber ich habe ja die Siegesgöttin die geht ja gar nicht auf. Äh Und die hatte den falschen Stab. Keine Ahnung warum. Aber es war so. Komm schon! Könnt ihr mich die mal umbringen? Wo? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja ich habe sie genau getroffen! Nice! Tja Mercy du bist nicht mehr immun ne? Aber die bringen mich nicht dort! Das ist... Also bis jetzt! Res! Res! Yes! Merci! Ach... Na gut! Na gut! Wenn du es nicht willst dann ok! Aber sie haben neue Sprüche für Mercy und alles! Das finde ich super! Das war ein Kack! Res Mercy! Schade! Alter! Alter ich habe Gold Illuminierung! Also das Team ist ja... Ja gut! Man muss sich halt ein bisschen an die neue Mercy gewöhnen und so! Alter auch die Diva! Ist offensiver geworden! Ist offensiver geworden! Okay! Der Hanzo ist... Der Hanzo ist gut! Und... Pushen viel zu viel vorher! Alter der Weg ist so weit! Kannste knicken! Kannste knicken! Nein! Die Diva! Du bist nicht mehr so tanky! Falls du es vergessen hast! Haha! Ich habe dich in meinen Augen! Das ist besser! Das ist besser! Lass uns zurückkommen! Lass uns zurückkommen! Okay! Weg hier! Oh mein Gott! Tötet sie! Fuck! Also das die... Ich finde das gut! Die... Gegen eine Diva ist jetzt viel besser zu spielen! Haha! Als vorhin! Da hätte sie einfach nur... Hey! Diva! Du machst wenig Schaden! Gegen mich! Mädel! Du bist nicht so tanky wie du denkst! Die Diva! 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 Da ist der Tracer mir vor die Flinte gerannt! Das... Fand ich schön! Haha! Ich wollte sie irgendwie eigentlich gar nicht töten, aber gut! Das ist eigentlich nicht nein, ne? Die Diva hat sich nicht mehr! Jo! So! Gut! Wow! Ah! Der Hanso hat einen Hatch! Cool! Alter! Bin ich direkt wieder tot! Wieder Res! Wieder Res! Ich hab Ulti! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Oh schade! So! Sind sie tot! Da fliegt irgendwo eine Mössi rum! LOL! Du bist nicht mehr so stark wie am Anfang! Der macht doch keinen Schaden! Oh mein Gott! 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 Das ist... Wenn man einen... Solo heal hat! Äh... Solo res! Ja! Kommt der geile Drauke! Der geile Drauke! Wie wärs mal mit dem Boost oder so? Wär was ne? Ja! Ich treff grad nichts! Ich treff nicht viel! So! Oh mein Gott! Oh! Triple kill! War gut, ne? Gut! Jetzt! Wo kommt ihr? Kommt ihr? Okay! Ist da jemand? Cool! Trafen! Fast! Heal up! Nice! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist so... Anders! Also es hat viel geändert! Die... 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 Der Patch! Hab ich das Gefühl! Also jetzt, wenn sie auch im Spiel sind! Characters! Irgendwas in Trace! Oh mein Gott! Wo ist sie? Da ist sie! Ich hätte sie fast nicht gesehen! Immer schön auf die... Mercy gehen! Fuck! Ich bin... Ich... Ich hab den Hals vergessen! Ich bin stehen geblieben! Um... Schön zu schiessen! Weil sie auch stehen geblieben sind! Aber... schade! Fuck! Ich bin weg hier! Fuck! Ah! Die Diva hat alles gefressen! Ich hab 20 kills eyh! Komm, läuft! Komm schon! Natürlich muss ich jetzt nachladen. Wo kann jetzt DAS denn hier... FUCK! Das hatten wir noch, das schaffen wir ja! Ich hab schon fast wieder Ulti. Irgendwie ist es... Ich hab schon mal aufgelenkt. Ich hab schon mal, das war's für mich. Ich hab's den Ball geboostet. Ich hab's den Ball geboostet. Ich hab's den Ball geboostet. AHHH Wie hat die...wie hat sie mich so schnell getötet? Das ist schade! Schade schade! Fucking 25 Kills, man! Sehen wir jetzt? einfach glück gehabt hat das ist gut das ist eine leistung denke ich mal gut dann in der nächsten runde heute mit bestien also heute jetzt mit bestien ich habe keine ahnung wie das funktioniert jetzt bestien ich versuche es einfach ich werde bestimmt direkt sterben am anfang aber ich werde herausfinden soo ich bin gegenhauen hi ah cool direkt wieder tot ja ich werde gefokust bin ja so langsam so fucking langsam ah sie sehen mich verdammtes häuschen team wow 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 merci das ist nicht gut wenn du mich einfach so lässt ich sterbe instant wieder vor allem ich habe ziemlich viele kanter aber ich möchte noch die ulti durchziehen sooo schauen wir mal ob hier was kommt oder nicht ich habe nichts getroffen ne ich kannste knicken ich bin nicht dumm willst du winsten ist das unsere winsten hoffe doch komm schon komm schon komm näher komm näher komm näher komm näher komm näher ja du triffst nicht jeden im out aro es ist so Was? Cool. Wann schon? Kann ich schön nachladen, wer auf dem? So! Dummfest kommt irgendwann mal. Ich höre ihn ja. Ah, da ist ein fucking Turret neben mir. So. Kann mich heilen. Hey. So. Komm schon. Schade. Ich gehe wieder zurück zu meinem Turret-Freund. Das macht Spaß, ne? Hä? Ja. Ja. Da kommt es so viel. Ja. 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 ja wenn du das schon machst dann richtig schade alter wie schnell bin ich jetzt wieder tot ja ja mit bastion ist eigentlich ziemlich stark hier wegen alles so verwinkelt kommt fuck klingt. Schön. Wuh! Spaller einfach mal. Fuck. Äh. Ah, schade! Ist das intelligent hier oben drauf zu, 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 zu retten? Ich weiss nicht. Er fährt lange im Nix rum. Das ist ein bisschen doof. Aber wir werden es auch rausfinden. Okay. Okay, okay, okay. Ich muss mich umpositionieren. Komm. Ah, kacke! So. Ich bleib mal hier stehen für ein Walchen. Äh, hallo? So. Ne, das ist nicht so gut. So. Schauen wir mal, ob hier jemand kommt. Ich warte. What? Wer hat er mich gesehen? Wie zum Fick. Ah, die Bede, wahrscheinlich. Heilig. Äh, hallo? Komm schon! Ich kann mich gegenheilen, Minion. Wuhu! Fast! Aber ich habe ihn wenigstens noch, den Hanse noch, umgebracht. Es war ja was. Ah. Da-dum-dum-dum. Niemand kann aus meiner Sicht schlafen. 30 Sekunden. Ich habe mich auf den Händen geboten. Ich habe kammelt. Wuhu. Da-dum-dum-dum-dum. Cool! Nice! Ist sie tot? Ah gut. Komm schon! Komm schon. Das schaffen wir! Ich will nichts wieder verlieren. Cool! Victory! Victory! Haben sie die Goldwaffen-Science anders gemacht? Man sieht es viel klarer, dass es eine Goldwaffe ist. Habe ich irgendwie das Gefühl. Oder haben die vorher schon so ausgesehen? Keine Ahnung. So. Das war's für heute. Ich hoffe es hat euch gefallen. Übrigens... Oh, ich habe eine Loopbox. Wegen PUBG. Ich weiss noch nicht, wie... Ich glaube ich schaff es irgendwie so jede Woche einmal. Jeden Montag? Keine Ahnung. Ich weiss noch nicht. PUBG Video, so wie das letzte. So in der Art, weil es wird bisschen besser schneiden diesmal. Aber nicht so optimal, ich weiss. Aber ich arbeite dran. Aber... Dann halt statt Overwatch. Was ist das Problem? Weil... Ein Video mehr... Das kriege ich nicht hin zeitlich. Das ist jetzt schon und mit... Und das doch... Letzte habe ich eine Stunde aufgenommen oder so. Eine Stunde geschnitten. Wuhu! Sonst Dinge noch versucht und dann auch hochladen. Bla 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 bla. Das schafft man nur am Wochenende. Ja gut. Aber das sehen wir noch. Ihr werdet von mir hören. Also wenn ihr auf Twitter seid, werdet ihr das bestimmt erfahren. Also folgt mir auf Twitter. Link in die Überschreibung. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!